So, ich bin jetzt hier angekommen im Hotel Flora in Stuttgart-Möhringen. Schöne Aussicht, schönes Wetter, sag ich mal so. Auch ein sehr schönes Zimmer, finde ich. Ich habe irgendwie recht Glück gehabt. Bett ist ein bisschen klein für meinen Geschmack. Aber ansonsten sehr geräumig für meinen kleinen Kindersarg. Ja, hier werde ich jetzt erstmal die nächsten zwölf Tage verbringen. Mich dürft ihr nicht sehen, denn ich habe die letzten 24 Stunden nicht besonders viel geschlafen. Und sehe auch dementsprechend aus. Ja, aber ich denke, hier lässt es sich doch so anderthalb Wochen aushalten. Und ja, ich packe jetzt erstmal Koffer aus. Bis dann.